Hallo, ich bin Simon und Pierre von iHeartChannels. Und heute lesen wir Kommentare vor und reagieren auf Dislike. Okay. Ja, da fließt du jetzt wieder. Ich komme aus England, ich lerne Deutsch seit drei Jahren, ich liebe Fotze. Seeser 21i. This is not hipster music, it has more than 200k views. Kommt an, scheitert es nicht, es ist trotzdem scheiße und Hipster. Taylor Sparks, Triangles, Hipster approved. Do we still have Triangles? No, Bastille stole them off. Bastille stole the Triangles. The flags, the masks. Drew Stafford just wet himself. That's good. I don't know what he's talking about there. He's still smiling though. Yeah, he's still smiling. Smiling and peeing. Oh, here we go. Gina.com. I heard they met in Burgheim before they fought the band. Can it get more pathetic? It could, we could have met in the dark rooms. Yeah. Yeah. Bryce, the yuku. Music's shit, apart from the little Oxford accent. Okay. Okay. Music's not shit, that's really good music. Yeah, music in general. Oh, this is a great name though. Lamentienne de Irritation. That's good. That's already like... What goes with it too. Can I... Can I... Can I... Can I just explain someone really seriously why they are so good? Ah. Lamentienne de Irritation. This is irritable. This is irritable. So is often heard in Berlin. That's really good. That's really good. I understand, Nick. Yeah. 1984, NS says... Oh Pierre, you are so adorable. Wanna eat me out? Zappers body. These are the kind of people. Who embody everything I've ever hated. Die hard Mac users. Check. A little into graphics. Check. And arts. Yeah. Berlin tourists. Know we live here. Ah, fuck. We're not anyone we've ever hated. Fashion victims. All one word. And just a little dose of metrosexuality. I did like my eyebrows the other day. Awesome. This is so plastic and all about surface. Where's the content? Listen to the album. Wow. Deep Blue Sky says... Fans wie die sind der Grund, warum ich kein Indie mehr höre. Jetzt höre ich lieber Gangster Rap. Wir auch auf jeden Fall. Das ist echt... Vorbei. Ja. Wir hören Drake. Um Rap zu retten. Das ist kein Rap, glaube ich, oder? Dale Cooper. Ich hab die mal in Stuttgart gesehen. Jugendclub mit Teenagern. Da hab ich mir gedacht, die schaffen es nie auf ne große Bühne. Ich hatte recht. Jetzt sind die auf mittelgroße Bühne gelandet. Ja. Ich mag dieses Album so viel. Ich werde mein Haus aufbauen. Fuck it. Der Roof ist schon auf Feuer. Das war's. Das war's. Ach, schade. Gibt es noch mehr? Wir waren I Heart Sharks und wir gehen jetzt vom Dach springen. Das war wirklich sehr lustig hier. Schreibt weiter in die Kommentare und dann machen wir das nochmal. Tschüss. Tschüss.